Hallo, ich bin Olivia von Seelenton. Ich bin Urmesseausstellerin von der Heilsam. Ich glaube, es ist das vierte, fünfte Mal jetzt dabei. Und es ist unsere Messe im Norden. Ich glaube, unterschätzt von vielen, die weiter südlich sind. Aber wir wachsen und wachsen und wachsen. Und das Interesse an den alternativen Heilweisen nimmt so stetig zu, weil immer mehr Menschen erkennen, dass es auch noch andere Methoden als die Schulmedizin gibt, die wichtig ist, unbestritten. Aber es gibt so viel Feinstoffliches und Gutes, was jetzt eben auch neu da ist und wieder gelebt und erlebt werden möchte. Ich selber arbeite mit Kristallklangschalen und der Kristallebene, mache energetische Behandlungen und informiere hier über die Wirkung von Schwingungen, weil Klänge sind Schwingungen, genau wie Düfte und Farben. Und da wir zu über 70 Prozent aus Wasser bestehen, können diese ganz feinen Schwingungen der Kristallschalen tief in unsere atomarkristalline Zellebene gehen und dort Blockaden lösen. Das ist außerordentlich fein und angenehm.